Ja, danke. Markus Elmo von der Uni Salzburg. Ich habe mit meiner Kollegin Julia Hofmann von der J.K. Linz für nächste Woche eine Veranstaltung in der AK Wien geplant, eben in Kooperation mit der AK Wien, eben zum Thema digitale Arbeit und Plattformkapitalismus. Also Hintergrund ist der, dass ich mit der Julia einen Kurswechsel rausgegeben habe. Kurswechsel ist eben eine Zeitschrift für gesellschafts- und umweltpolitische Alternativen, die eben versucht, aktuelle Schlagworte sozusagen aufzugreifen und eben dann mit verschiedenen Beiträgen, verschiedenen wissenschaftlichen Beiträgen auch eben dann in einem Heft zusammenzufassen. Eben nächste Woche, ich brauche nur kurz meinen Schummler, eben am 8.06. um 17 Uhr in der AK Wien. Fragen, die dann behandelt werden, sind, wie eben digitale Arbeit zum Beispiel in breitere Trends in der Arbeitswelt eingeordnet werden kann. Eben zum Beispiel Stichwort Prekarisierung, Stichwort Outsourcing. Wie der Arbeitsbegriff im digitalen Kontext sozusagen verunsichtbar wird. Und eben arbeitsrechtliche, arbeitspolitische und arbeitsethische Fragen in Bezug auf plattformbasiertes Arbeiten. Also wie gesagt, nächste Woche am 8.06. um 17 Uhr in der Arbeiterkammer Wien. Danke. Applaus Applaus Applaus